So, willkommen zurück. Es ist nichts passiert, außer dass ich kurz hier rausgekrochen bin. Da sind wir. Und wir müssen zurück in den Club, dessen Name ich ständig vergesse. Sie haben Boris getötet und so Venus Schulden bei ihm storniert. Ja, ich weiß, dass sie Venus heißt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Club heißt. Aber ich werde ihn auf jeden Fall erkennen. Und Venus wird sich sehr freuen und hoffentlich auch ein bisschen erkennlich zeigen. Und ich meine nicht genau das, was ihr gerade denkt, zumindest die Männlichen unter euch, sondern sie wird uns an den Umsetzungen des Clubs beteiligen, den ich jetzt wieder fast verpasst hätte. Ist gespeichert. Ach ja. Die üblichen Verdächtigen, kann man fast sagen. Und rein mit uns. Ich glaube, ihr könnt ja mittlerweile durch die Hintertür jetzt gleich hier links rein, oder? Also durch diese kleine Kassentür. Rigoletto. Das war doch eben schon so ein Schriftzug davon, oder ein Plakat. Äh, mach ich mal. Vivian ist ja hier. Nee, Venus heißt so, nicht Vivian. Völlig egal. Hallo, du. Da bist du. Jetzt fertig. Ja. Lass uns im Büro reden. Was? Ja, ja, ist klar. Ich kann dich nicht hören. Lass uns in meinem Büro reden. Ja, ist gut. Bei dieser unglaublich Ohren mit Häuben in der Musik. So. Tod. Ist das Boris' Blut? Ich glaube, wir sind Partner dann. Wenn du nur wusstest, was ich über die Jahre zu tun habe, um diesen Ort offen zu halten. Sag dir was, Partner. Komm in jeden paar Tage und ich gebe dir deinen Karte. Hier ist es heute. Ich habe ein bisschen Geld, um uns zu machen. Ich werde deine Karte halten, die Propheten. Nicht vergessen, dass ich aufhören und sie aufhören. Mal in einem Moment, hm? Ja, ja, ich würde es gerne hören, aber ich muss einen neuen DJ finden. Der alte, der noch das Pixie Wave Magic 80s Redux Elektroniker schreitet. So, letzte Freitag. Pizza, danke. Ja, schade. Komm zurück in ein paar Nacht, ich habe noch ein anderes Wort für dich. Ah ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht... Ja, wie auch immer, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie schnell oder wie oft ich wiederkomme. Gerade um alle paar Tage, hat sie gesagt, dass es sowas wie Tag- und Nachtwechsel nicht wirklich gibt in dem Spiel, äh... Hilft mir diese Aussage. Richtig über 250 Dollar sind ja schon mal nicht schlecht. Und so habe ich eine relativ stetige Einnahmequelle, was ich ganz witzig finde. Apropos stetige Einnahmequelle. Äh, bevor ich jetzt mal der Hauptquest ein bisschen weitermache, würde ich mal sehr gerne noch mal ganz kurz zurück nach... Ähm... Hier raus, genau. Zurück nach, äh, Santa Monica. Ich weiß, ich soll nicht ganz oft meinen Stadtteil wechseln, aber das... Muss da auch mal sein, weil ich gerade mal vielleicht ab und zu mal ein bisschen Geld einholen möchte. Und zwar Geld, diesmal von unseren... Wundervollen Ghoul. Ja, geht ruhig woanders hin. Ja, so, so, so. Dazu brauche ich zunächst einmal einen Gullideckel, den ich vielleicht nicht gerade da hinten aufsuchen sollte, weil da gerade, äh, Herrschaften sind, die ich dummerweise immer entdecken. Aber hier könnte einer sein. Hier ist jetzt ein Obdachloser. Gutes Zusammenhang, er schließt sich auch nicht ganz. Hier ist offenbar nichts. Na gut, gut, dass ich hier drin bin. Ach, hier. Ja, alles beim Alten. Ach, nee, komm. So, dann halt hier hin, getarnt, getarnt. Wie kannst du mich sehen? So. Geh weg. Gut, hast du fein gemacht. Kann ich wieder weitergehen. Hab ein bisschen Blu verbraucht. Kann ich gerade nicht viel machen. Aber hier, ach, da hinten ist noch ein Gullideckel, oder? Ja, da ist einer. Wie schön. Danke für die Munition. Und runter mit mir. So. Ich brauche jetzt meinen, äh, Stadtteilplan. Beziehungsweise wirklich einen Stadtplan. Das stimmt sogar eher. So, raten wir mich noch kurz mit, weil ich ein bisschen Blutrate verbraucht habe. Das kann so nicht sein. Und da hinten könnte er schon sein. Das Ziel unserer sehnlichsten Wünsche. Oder hier. Nee, nicht der. Ich nehme die anderen. So. Vielleicht hat sich irgendwas getan in unserer Apartment. Wir können natürlich auch mal versuchen, kurz den Gull aufzusuchen. Wie ist du? Keine Ahnung, genau. Ich habe ein Naps gelächtert. Das ist echt ein Traum. Vor allem, wenn irgendwas mehrere Wochen her ist. Ach, die gute alte Kalsation. Wie schön. Lass einfach mal bei C rausgehen. Wir finden schon unseren Weg. Wahrscheinlich eher nicht. Wir finden unseren Weg, weil wir mit Sicherheit nicht. Aber gut. Der wollte auch noch irgendwas, glaube ich, geben. Soweit ich weiß. Er hat gesagt, dass er später mal irgendwie einen Auftrag für uns haben könnte. Wo bin ich hier? Beim Diner. Ich glaube, das Diner ist ganz weit draußen. Aber da kann man gerade nicht viel machen. So, F9 einmal. Mir kommt gerade so vor, als ob Santa Monica ebenso belebt wäre wie Hollywood. Was interessant. Sag mal, hinten ist vielleicht der Gull. Wie günstig. In diesem Wasserkontainer. Der so unauffällig ausgehöhlt wurde. Wo unauffällig Licht drin brennt. Hallo, mein Freund. Was hast du? Welchen Deal hast du mit Therese Vermin geschlossen? Das war nur schade Vampirpolitik in Cupcake. Keine mehr. Du kannst dich auf diese Art und Weise verraten. Okay. Das hört sich aber recht ernst an, ich war. Ich glaube langsam, dass Therese sich lieber tot sehen wollte. Oder wusstest du, dass Janette und Therese eine dieser Personen waren? Ja, jetzt eigentlich, wir sind zwei von der Beschlachtigkeit eigentlich verraten. Oh, äh, ich hatte meine Gefühle. Aber ein interessantes Spezimmer. Aber eine Schmerz in meinem totes Arsch, für sicher. Ähm... Ja, komm, ich sag's mal. Natürlich hat es das. Als ob Vampiren und Frauen beide nicht genug genug waren. Geh sie zusammen in einem Malkavian-Bereich. Und schau, was passiert. Erzähl mir von deinen... Erzähl mir von deinen Dramakönigin. Ja, keine Schmerz. Jetzt, dass die Camarilla in L.A. geblieben ist, Therese will den Titel von Prinz von Santa Monica. Ich glaube, sie sah mich als eine Gefahr. Funne, dass ich mich nicht mehr interessiert habe. Okay. Willst du die Position nicht? Das ist witzig, ich wollte dich noch irgendetwas fragen. Nein, witzige Position. Ich will nicht, dass ich der Prinz von Terre Haute sein möchte. Ich lasse diesen Höhnen an die Ventrue. Außerdem gibt es nur etwa vier Vampiren. in all der Santa Monica. Heh, ein paar Königkeits. Was? Das ist dumm ist, dass der Pedder leider jetzt hier direkt hervorsteht. Aber ich muss hier dummerweise raus. Was für die kein Problem ist, ich rampe hier einfach zur Seite und dann geht's weiter. So, ich muss nicht zum Asylum. Das ist zwar... Nein, die Polizei ist ein bisschen gefährlich. Nicht zum Asylum, ich muss zum Main Street. Das ist korrekt. Kann ich da nicht irgendwie durchgehen? War das nicht so? Ja, ich kann da durchgehen. War ich mal wieder eingeschickt aus? Überall werde ich gewarnt, aber nirgendwo passiert irgendwas. Finde ich toll. Die Asylum von hinten. Die Bloodbag von hinten. Und hier müsste ich irgendwo reinkommen. Ah, Home Sweet Home. Wie schön. So, rein mit uns. Und unsere alte, schöne Bude. Vielleicht kann man sogar eine neue Mail. Wäre auch nicht schlecht. Hallo Darling. Wie geht's dir? Tür zu. Oh, du bist zurück. Ich bin, ähm, ich fuhr diese Nacht und ich... Well, ich habe jemanden kennengelernt und er würde mich nicht alleine lassen lassen. Also ich... Er kam hier mit mir zurück. Und... Und... Oh, du hast was getan? Wo ist der? Ähm, in der Bathroom. Ich... Ich lockte... Ich lockte ihn in. Ich habe mich verletzt. Äh, darum kümmere ich mich. Du bleibst hier. Weiß ich noch nicht. Mal sehen, was ich tun kann. Oder, hm, vielleicht überreagiere ich. Vielleicht kann ich das ja genießen. Ich sag mal, ich weiß es noch nicht. Du kriegst gerade einen Kasper. Hallo? Äh, du? Hey, was zur Hölle ist diese Scheiße? Lass mich raus, Gott sei Dank. Ich werde diesen verrückten Böden. Missverständlich. Als nächstes ich hier rauskomme, ich kenne die verdammten Böden. Mal sehen, was sie davon denken, hm? Ich werde sie beide scheißen. Was zur Hölle bedeutet das? Warte, warum schaust du mich so an? Hey! Obwohl ich gar kein Blut brauche, dann lutsche ich mich mal aus, weil er... Ja, verlorene Menschlichkeit. Tut mir echt leid, aber er gefährdet ernsthaft die Maskerade. Das ist halt echt dumm. Du hast es echt nicht gut gemacht. Es ist dich. Vorher heute Abend, du warst mich nicht folgenden, oder? Ich hatte dieses Gefühl, als ob ich mich beobachtet. Vielleicht ist es nichts, aber... ich bin immer noch ein bisschen verletzt. Ich war es nicht. Es könnte einer der vielen Leute sein, die mich nur noch toter sehen wollen. Oder wenn jemand sich dir nähert und du ihn nicht kennst, erschieß ihn direkt in den Kopf. Oder dein Leben könnte Gefahr sein, Heather. Also muss ich dich bitten, mein Dienst zu verlassen. Ja, so weit will ich noch nicht gehen, aber ich sag mal, schießen direkt in den Kopf ist vielleicht ganz gut. Wenn sie nach dir sind, ja, ich werde es tun. Du musst nur lernen, wie eine Kette benutzen. Ich werde es dir. Ich werde es dir. Okay. Ich gehe kurz mal raus. Ich will mal sehen, wie schnell es geht. Schade. Vielleicht muss ich kurz den Bereich neu laden. Das wäre witzig. Ich will jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Dauert nicht lange. Ich finde es echt schade, dass sie jetzt gerade irgendeine Dame, äh, irgendeinen Typen hergebracht hat. Das war natürlich ein bisschen dumm. Aber damit muss ich leider rechnen, weil, äh, sie ist halt ein Ghoul und hat damit, äh, nicht mehr so eine große Kompetenz, was irgendwie weissichtige Entscheidungen angeht. Und sie ahnt ja nicht, dass wir die Maskerade noch ein bisschen aufrechterhalten müssen. Wir hätten sie vielleicht doch lieber gehen lassen sollen. So, bist du umgezogen, Heather? Oh, du bist umgezogen. Okay, das ist, äh, sein Kern muss irgendwo verschwinden, wo er nicht auffällt. Klar, das ist erstmal richtig. Ich versuche es, es wird bis zum Zeitpunkt zurückgekommen. Übrigens, äh, gut, dann bis dann, Heather, übrigens. Hallo? Der Körper ist eh schon weg, wie günstig. Ähm, dein Outfit ist nicht so, hm. Äh, eine angenehme Überraschung. Ja, mal gucken. Da war das erste Outfit fast noch besser. Ich meine, das Outfit an sich war gar nicht schlecht, aber die, 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 die Haare und das Make-up war so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber gut, ich will es nicht länger hinauszögern. Ich begebe mich mal weiter auf den Faden der Hauptmission. Wir versuchen immer noch, die, äh, unheimlichen Deathmars, oder die mysteriösen Deathmars Productions aufzuklären, die sich irgendwo in Hollywood herumtreiben. Und dazu müssen wir einen Telefonanruf machen. An einen Telefon, an dem ich schon vorbeigelaufen bin, mehrmals wahrscheinlich, mehrmals wahrscheinlich, aber das, äh, nicht als solches registriert habe, weil ich immer noch die anderen beiden Telefone geachtet habe. Dumm gelaufen, wirklich dumm gelaufen. Ah, passiert. Wir müssen erstmal zurück nach Hollywood. Dann sollten wir am besten gleich nach oben. Wenn wir mal so einen Ausstiegspunkt finden, das könnte ja sein. Ausstiegspunkt. Ah, auch gleich erstmal anfangen, wie schön. sozusagen irgendwo bei dem Juwelier befinden, also bei dem, bei dem, äh, Anarcho-Prinz in der Stadt. Ja, ganz gut. F9. Hier haben wir den Gargoyle gekillt, der überhaupt nicht mit uns reden wollte. Seine eigene Schuld. Es hätte wahrscheinlich übrigens die Möglichkeit gegeben, wenn man überhaupt sowas wie Überredenskünste hätte, oder überhaupt sowas wie Karas, sowas wie Nosferatu und Nosferati und Nosferaten werden wir leider nicht haben, was wir retten. Ähm, dann... Oh, da findet gerade jemand. Das ist ein bisschen doof. Dann hätte man, glaube ich, irgendwie überzeugen können oder was von gut oder weiß ich nicht mehr genau. Einspeichern, glaube ich nicht, aber ich glaube, überzeugen mit, äh, starker Beweise oder sowas in der Art. Hallo? Ich hoffe, du merkst mich gerade nicht. Ich muss mich ganz gering mal telefonieren. Oh, geht auch so. Da ist das Telefon. Hallo? Die Mohn ist eine mysteriöse Frau. Mein Hörer hat sich wieder aufgelegt, was ein bisschen seltsam ist. Willkommen im Backwunderland, äh, Vampire Masquerade. Okay. Die mit dem Mohn, der Finsternis durch die Nacht wandelt. Das Glückste Star Motel. Rune 2. Bleib nicht. Ich werde dort sein. Äh, das Lucky Star Motel. Da habe ich noch den Stern gesehen. Hier rein. Erstmal gespeichert. Ich habe schon wieder Blut, die Spirits auf den Lippen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ein Virus, ist das ja. So, Raum 2. Ich meine, das ist einer der vielen Räume, die ich gerade nicht betreten konnte. Waren die irgendwie beschriftet? Nein. Hier war der Mordgeschehen, glaube ich. Genau, hier ist irgendjemand aus dem Fenster gesprungen. Hier. Ach nee, das Schloss kann ich immer noch nicht knacken. Stufe 8, Mann. Nein. Nein. Ach ja, da wo ein Türknopf ist vielleicht. Da kann ich wahrscheinlich auch nicht rein. Ach, da, wo es flackert. Okay, was ist das? Gegenstand erhalten. Schlüssel zum Internet-Café. Äh, hä? Auftragsbuch aktualisiert. Na, hier ist bestimmt alles gut gegangen. Ne, hier kann ich noch nicht rein. Schlüssel zum Internet-Café. Na gut. Wie viel brauche ich eigentlich nochmal hier für zum Schlosser knacken? Ich brauche schon 8 Eben und 7 bei Boris und hier bräuchte ich wieder 8. Meine Güte. Ich muss echt noch ein bisschen mit den Punkten mich ranhalten. So, Internet-Café. Das ist natürlich ein wunderbarer Punkt, um irgendwelche umtriebigen Dinge zu tun. Ja, tun wir halt auch schon wieder Maskeraden brauchen. Es ist furchtbar. Ich darf echt durch das Lucky Star-Motel gehen. Äh, wie viel habe ich mittlerweile noch? Ja, 4. Achso, ich habe wieder Maskeraden-Bundeswert bekommen irgendwie. Das ist echt ärgerlich. Tut mir leid. Ich wüsste auch, wenn ich das nochmal machen würde. Run-Zero, wie günstig. Äh, wenn ich es nochmal laden würde, würde es wahrscheinlich wieder passieren. Wie, wie letztes Mal auch schon. Und das letzte Mal davor auch schon. Also, der sammelt sich komisch, aber es ist immer eine Traube von Menschen davor, was echt unangenehm ist für Nosferatu. Aber gut. Ich habe mir einen Schlüssel bekommen. Ich hoffe mal, der bringt uns jetzt mal irgendwas. Hier sind immer noch irgendwie Leute. Mysteriöse Musik. Eine Toilette, das ist mysteriös genug. Lass mich doch mal hier reingehen. Tür zu. Ah, hier. Okay. Das geht immer nach oben. Na, guck mal an. Huh! Warte, warte, warte! Alter! Och, gleich dauerhafter Schaden. Oh, ich bin erschrocken. Ah, haha. Haha. Alter. Ja, äh, das ist ja, ist ja hervorragend. Hier bin ich ja gerne. Da sind irgendwelche Leute, die schon verängstigt sind. Ich nehme alles nicht wegen mir. Mein Gott! Alter! Ach, die sind ja schön. Okay. Ein wundervolles Studio. Für diversen Heimspaß, sag ich mal. Und andere Dinge. Okay. Na, komm. Ich will es gerade ein bisschen irritieren, dass immer wieder irgendwelche Markierungen hier auftauchen auf dem Boden, die vorher nicht da waren. Aber gut. die Geräusche sind furchtbar. Ah, ich will es besser ausreichen. Ist das hier irgendwas? Oh, was ist das? Ein Pillenfläschchen. Wundervoll. So, gleich kommt die Garantie noch irgendwas. Ein Zebra! Cool. Warte mal, hier waren irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Pornorequisiten und hier ist ein Zebra. Ich will den Zusammenhang einfach mal gar nicht wissen. Ist irgendwas mit dem Vorhängen hier? Ne, das ist noch ein Laptop. Was soll das hier sein? Irgendwie eine einsame Studentin und dann zufälligerweise liegt sie auf so einem Bett leicht bekleidet und da kommt irgendein Herr an. Ja, ist schon klar. Innovatives Filmmaterial wird hier gedreht. Ah. Ja, schön hier. Da muss ich ja unbedingt rein. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Bis gleich.